Endlich ist es soweit. Gestern Nachmittag, am 7. März, hat Saturn ins Zeichen Fische gewechselt. Wie sich nun dieses wichtige astrologische Ereignis auf dein Leben auswirken kann, das werden wir uns in diesem Video anschauen. Hallo, ich bin Dominik Burch, traditioneller Astrologe und ich arbeite nach den Methoden der antiken und mittelalterlichen Astrologie, also eine etwas andere astrologische Perspektive und ich mache hier entsprechende Videos dazu. Dieses Video ist bereits der dritte Teil in einer Reihe zu diesem Thema Saturn im Zeichen Fische, das ich hier mache. Im ersten Video mit dem schönen Titel Bye-bye, Saturn im Wassermann, haben wir zuerst mal zurückgeblickt und einfach mal geschaut, was ist eigentlich die Ausgangslage von dieser grossen astrologischen Veränderung, die wir jetzt erleben. Und dann im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie quasi dieser kiffende Saturn versucht, Strukturen und Grenzen aufzuweichen, durchlässiger zu machen oder gar aufzulösen. Nun, in diesem heutigen Video wollen wir einen Schritt weiter gehen und uns überlegen, welche Fragen dürfte jetzt diese neue Saturn-Geschichte eben im Zeichen Fische, welche Fragen dürfte das in deinem Leben aufwerfen? Ja, welche Fragen werden sich hier wohl in den kommenden drei Jahren bei dir am ehesten aufdrängen? Aber bevor wir in die einzelnen Horoskope reingehen, möchte ich hier noch ein paar allgemeine Überlegungen im Voraus machen. Mit Saturn im Zeichen Fische, da werden eben nicht nur bestehende Grenzen und Strukturen infrage gestellt und allenfalls aufgelöst, sondern es werden dann eben auch neue Strukturen geschaffen. Das Spannende ist ja, dass das Zeichen Fische, das hat so eine ganz spezielle, wirklich nicht leicht fassbare Qualität. Es ist immer ein bisschen schwierig, über das Zeichen Fische zu sprechen. Es entzieht sich so, es rutscht einem durch die Finger. Es ist wirklich ein bisschen schwierig. Es hat aber so eine, grundsätzlich ist eine ganz stark verbindende, vereinende Qualität. Das Zeichen Fische ist wirklich stark verbindend. Es hat eigentlich von der Qualität her eben keine festen Grenzen. Es hat keine klare Form und es hat eigentlich keine Struktur. Das ist eben das Spezielle am Zeichen Fische, es ist so strukturlos. Das ist aber dann eben die Welt der Imagination und der Fantasie, der Vorstellungskraft. Das ist auch die Welt der Visionen. Das ist die Welt der Träume. Wenn wir schlafen und träumen und dann diese Welt, die ist eben auch nicht ganz greifbar. Das ist auch so grenzenlos und alles möglich. Das ist auch die Welt der Gefühle. Oder es ist auch diese spirituell-mystische Erfahrung des All-Eins, dass alles eigentlich eins ist und wir mit allem verbunden sind. Das ist eben auch das Zeichen Fische. Und das wird hier eben symbolisiert durch dieses veränderliche Wasserzeichen unter der Herrschaft des Planeten Jupiters und der Venus. Und moderne Astrologen würden auch sagen, der Neptun. Und eben seit gestern ist Saturn jetzt in dieser wässrigen Welt der Fische angekommen und versucht jetzt dem Ganzen wieder eine gewisse Struktur zu geben. Denn die Welt der Fische, des Zierkreiszeichens Fische, ist zwar wunderbar, es ist jedoch auch ein bisschen realitätsfremd, ein bisschen realitätsfern. Zumindest aus Sicht des Saturns. Der Saturn findet ja Fische, was da diese Grenzenlosigkeit, dieses Wässrige, das entspricht nicht der Realität, das ist gar nicht praktikabel und so weiter. Denn Saturn versteht sich halt selbst als der Realist, der Pragmatiker schlechthin. Klar, die Frage ist natürlich, was ist überhaupt Realität und so weiter. Aber wir wollen jetzt heute noch nicht so allzu philosophisch werden, das können wir dann ein anderes Mal noch tun. Die Frage stellt sich jetzt, welche Art von Struktur ist denn überhaupt geeignet im Zeichen Fische drin? Das ist eben ganz anders, das Fische hat eine ganz andere Qualität. Und wie bringt man da jetzt eine Struktur hinein? Und was sich hier aufdrängt, vor allem wenn wir das Bild eben dieses Wassers, das ist eben ein veränderliches Wasserzeichen oder das veränderliche Wasserzeichen schlechthin. Die Art von Struktur, die sich hier aufdrängt, das ist eigentlich von der Symbolik her jede Art von Gefäß. Wir müssen hier also von Gefäßen sprechen, wenn wir von Struktur innerhalb vom Zeichen Fische sprechen wollen. Also mit Gefäßen, da ist wirklich alle Art von Gefäßen gemeint, vom Kessel über den Wassertrog, die Badewanne, der See, das Meer, die Wasserflasche, die Ampulle, alle, alle möglichen Arten von Gefäßen, der Stausee, ja, da kommen da sicher noch weitere Beispiele in den Sinn, aber grundsätzlich sind eben Gefäße Strukturen, die die Fische-Energie halten können. Weil das Problem an dieser Fische-Energie ist, ja, es ist, es rinnt durch alle Ritzen, ja, man kann es nicht greifen, weil es zerrinnt zwischen den Fingern, zwischen den Händen. Aber ein Gefäß hilft uns nun, diese Energie halten zu können. Und ein Gefäß kann eben auch dieser verbindenden Qualität, dieser Fische-Energie gerecht werden. Ja, es ist, es ist, es umfasst diese Energie, es bietet ihm einen Raum, aber das Verbindende wird daneben beibehalten, das geht da nicht verloren. Und spannend ist eben auch, dass Fische-Energie ist eigentlich an sich formlos, ja, dass das, eben wie Wasser, das hat eigentlich keine Form und das Gefäß ermöglicht es jetzt dieser Fische-Energie, diesem Wasser, eine Form zu geben. Ja, ein Gefäß gibt dem Formlosen Form. Und es verhindert eben, dass dieses wässrige, fliessende einfach zerfliesst und entsprechend ein Mass, eine gewisse Kontrolle und einen gewissen Halt auch bietet, weil eben ein bisschen eine Gefahr mit dem Zeichen Fische und dieser Energie ist, dass es dann so wässrig und unstrukturiert wird, dass es dann eben ein bisschen haltlos auch sein kann und was dann auch Ängste verursachen kann, allenfalls. Und ein Gefäß kann dem Ganzen eben Halt und Form und ein Mass an Kontrolle geben, solange das Gefäß passt und hält. Ja, wenn das natürlich den Druck nicht halten kann, wenn ein Staudamm den Druck nicht aushält, dann kann er bersten und dann, ja, dann haben wir natürlich dann das Problem. Wir müssen uns also überlegen, dass nicht jedes Gefäß ist für jedes Thema und jede Aufgabe und jede Herausforderung gleichermassen gut geeignet. Das heisst, je nachdem, welches Thema wir uns anschauen oder welchen Lebensbereich, welche Herausforderung, brauchen wir ein bisschen ein anderes Gefäß. Ja, und wenn sich diese Herausforderungen ändern im Laufe der Zeit, dann müssen wir allenfalls eben auch das Gefäß entsprechend anpassen. Jetzt ist es so, dass je nachdem, wo wir in unserem Geburtshoroskop das Zeichen Fische haben, kommt nun der Saturn in den entsprechenden Lebensbereich rein, der eben von dem entsprechenden Haus im Horoskop dann symbolisiert wird. Und der Saturn, der kommt jetzt in diesen Lebensbereich rein und überprüft ihn, hinterfragt ihn, symbolisch natürlich, er hinterfragt quasi und überprüft die bestehenden Gefäße, die wir dort haben. Ja, haben wir überhaupt die nötigen Gefäße in diesem Lebensbereich für die anstehenden Herausforderungen? Oder haben wir keine Gefäße? Oder passen die Gefäße noch? Sind sie genügend stabil oder auch nicht? Und wenn nötig, dann wird er diese Gefäße, die bestehenden Gefäße, halt erstmal auflösen und zerstören. Und da müssen wir dann neue Gefäße schaffen. Saturn hilft uns dabei, aber es ist dann halt unter Umständen nicht ein einfacher Prozess. Letztendlich geht es einfach darum, dass wir jetzt die nötigen Gefäße schaffen und bereitstellen oder allenfalls bestehende Gefäße anpassen, um den neuen Herausforderungen, den aktuellen Situationen für die nächsten drei Jahre gerecht zu werden. Bevor wir nun aber durch die einzelnen Zeichen gehen, möchte Saturn gerne, dass du diesem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal abonnierst. Nicht zuletzt deshalb, weil dies wahrscheinlich der einzige Kanal ist, wo Saturn eben Saturn genannt wird und nicht Saturn. Und Saturn findet das eben noch gar nicht so schlecht. Nun gehen wir relativ zügig durch die einzelnen Zeichen hindurch und schauen, welcher Lebensbereich jetzt bei dir betroffen wird durch diesen Saturn-Ingress ins Zeichen Fische und quasi welche Gefäße oder welche Themen hier quasi überprüft und allenfalls neu gestaltet werden müssen, neu geschaffen werden müssen. Welche Fragen sich aufwerfen in deinem Leben. Und dazu bitte ich dich, dich an deinem Aszendentzeichen zu orientieren. Wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, dann kannst du mittels dem Video, das ich hier oben verlinken werde, kannst du das selbst berechnen, selbst herausfinden, welchen Aszendenten du hast. Du benötigst dazu allerdings deine genaue Geburtszeit. Wenn du keine Geburtszeit hast und keine Ahnung hast, was dein Aszendent ist, dann kannst du als Alternative auf dein Sternzeichen zurückgreifen. Wobei ich wirklich, wirklich empfehle, dass, wenn irgendwie möglich, dann benutze das Aszendentzeichen für das, was ich dir hier anbiete. Und bitte bedenke, dass ich hier im Folgenden nur sehr grobe, sehr allgemeine Fragen stellen kann. Denn wir schauen uns mit Saturn im Zeichen Fische nur ein sehr kleines Element innerhalb der komplexen Astrologie an. Da gibt es noch so viele andere Faktoren, die wir schlussendlich mit einbeziehen müssten, wenn wir ein komplettes, umfassendes Bild wollten. Und zudem ist auch jedes Geburtshoroskop natürlich sehr unterschiedlich, was dann die ganze Manifestation dieser neuen Zeitqualität massgeblichst natürlich beeinflusst. Wenn du eine ausführliche Analyse deines persönlichen Geburtshoroskops möchtest, dann hast du natürlich immer die Möglichkeit, bei mir eine persönliche Beratung zu buchen. Das kannst du über meine Webseite dominikburg.ch machen. Dort findest du dann auch alle weiteren Informationen dazu. Okay, aber jetzt geht's los. Wir beginnen mit dem Aszendent wieder. Also wenn der Aszendent bei dir im Geburtshoroskop ins Zeichen wiederfällt. Dann drängen sich für mich so folgende Fragen auf. Hier geht es wahrscheinlich um die Gefäße des Rückzugs. Die Frage stellt sich unter anderem, hast du genügend Zeit für dich selbst? Brauchst du vielleicht ein neues Gefäß, wo du dich zurückziehen kannst? Einen neuen Rahmen, ein neues Gefäß, symbolisch gesprochen, wo du dich zurückziehen kannst? Die Frage stellt sich hier anfalls auch hinsichtlich den Gefäßen für unser psychisches und emotionales Gleichgewicht. Sind diese Gefäße noch gut oder gibt es da ein Ungleichgewicht? Was können wir hier tun? Es kann auch sein, dass wir hier ein Gefäß für Trauer brauchen oder für Melancholie. Das braucht manchmal im Leben eben auch ein Gefäß dazu, wo wir einen Rahmen, eine Zeit, einen Raum schaffen müssen für diese Gefühle. Und hier müssen wir uns dann allenfalls auch überlegen, ob ein mögliches Gefäß dazu vielleicht eine Form von Therapie wäre. Ob das vielleicht ein Thema wäre. Aber es kann auch sein, dass es hier einfach darum geht, quasi seine Gefäße der Ruhe und des Rückzugs und des Alleinseins zu überprüfen und zu schauen, ob da noch alles passt, ob man da vielleicht mehr davon braucht oder weniger oder in irgendeiner anderen Form vielleicht. Bei Aszendent Stier. Haben meine Träume und Ambitionen überhaupt noch passende Gefäße? Ja, habe ich hier noch einen Rahmen, einen Platz und Zeit für meine eigenen Träume und Ambitionen? Eine weitere Frage, die ich hier stellen kann, ist, habe ich noch ein Gefäß, wo ich Rat suchen kann? Ja, habe ich hier irgendwelche Menschen, bei denen ich Rat finde? Oder bin ich ein Ratgebender und berate ich andere Menschen? Und dann eben, habe ich hier die entsprechenden Gefäße und passen die noch? Oder braucht es hier neue Gefäße oder braucht es hier Veränderung? Und dann auch das Thema Freundschaft. Habe ich ein Gefäß für Freundschaft? Ja, gerade jetzt nach diesen drei Jahren Saturn im Wassermann, wo ja sehr viele Freundschaften auch zerbrochen wurden und so weiter, stellt sich die Frage, ja, diese alten Gefäße, sind die noch gut? Braucht es hier neue? Braucht es hier wieder was Verbindendes? Kann man hier wieder irgendwas, ja, was vielleicht zerbrochen war, wieder neu reparieren und verbinden? Und dann auch, bin ich eigentlich offen und bereit, falls das Glück an meine Tür klopfen möchte? Ja, ist mein Gefäß dazu offen und bereit? Ja, hat es darin überhaupt noch Platz? Ja, damit wir, damit das Glück uns finden kann, müssen wir auch dazu bereit sein. Und wir brauchen Platz dazu in unserem Leben. Wenn wir natürlich, wenn alle unsere Gefäße voll sind, dann hat das Glück, findet da keinen Platz mehr. Ja, also müssen wir vielleicht einfach auch Platz schaffen, auch einen Raum schaffen. Dann bei Aszendent Zwilling stellt sich die Frage, habe ich euch noch das richtige Gefäß für meine Berufung? Ja, passt das noch? Braucht es hier eine Veränderung? Muss ich dem irgendwie ein neues Gefäß bereitstellen für meine Berufung? Und dann auch, falls du noch in der Arbeitswelt bist, hat mein Karrieregefäß die richtige Form, die richtige Größe? Ja, und dann nimmt das Thema Karriere und Beruf zu viel oder allenfalls zu wenig Platz in meinem Leben ein. Ja, passen hier noch die Gefäße? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, die sich hier bei Aszendent Zwilling aufdrängen kann. Oder auch, mit welchem Gefäß wirke ich eigentlich in der Welt? Ja, wie erbringe ich eigentlich meinen Beitrag zur Welt oder in der Welt? All diese Fragen dürften sich jetzt für Aszendent Zwillinge aufdrängen in den kommenden drei Jahren. Und dann bei Aszendent Krebs stellt sich die Frage vielleicht, ob meine Weltanschauung und meine Spiritualität überhaupt noch das richtige Gefäß bietet, aus dem ich in meinem Leben trinke. Ja, passt das überhaupt noch? Braucht es hier vielleicht ein anderes Gefäß, eine andere Spiritualität oder eine andere Philosophie der Weltanschauung, aus dem ich mich nähren möchte in meinem Leben? Oder es kann sich einfach die Frage aufdrängen, gebe ich dem Thema Philosophie und Spiritualität überhaupt den nötigen Platz in meinem Leben? Ja, ist das Gefäß dazu genügend groß oder ist es zu klein? Und falls du studierst oder an einer Hochschule tätig bist, dann könnten sich eben auch hier Fragen aufdrängen, ob hier die entsprechenden Gefäße noch passen oder ob deine Veränderung angesagt ist. Aszendent Löwe. Für Löwe-Aszendenten stellt sich vielleicht die Frage, ob man überhaupt genügend Gefäße der Ruhe hat. Ja, weil Ruhe kann hier ganz, ganz wichtig werden in den kommenden drei Jahren. Eine weitere Frage, die sich hier stellen könnte, ist, hast du ein Gefäß, wo du dich mit dem Thema Vergänglichkeit und dem Thema Tod auseinandersetzen kannst? Ja, weil das ist eben auch wichtig und für Aszendent Löwe ist das jetzt in den kommenden drei Jahren besonders wichtig, dass sie sich ein bisschen mit diesen etwas düsteren Themen vielleicht ein bisschen auseinandersetzen und das Ganze reflektieren. Dann kann es aber auch sein, dass wir uns die Frage stellen müssen, haben wir Gefäße mit Geheimnissen? Drohen diese Gefäße, die die Geheimnisse verbergen, drohen die Anfass zu platzen? Oder ist es vielleicht an der Zeit, diese Geheimnisse zu lüften? Das könnte sich hier auch aufdrängen für die Löwe-Aszendenten. Und dann was ganz anderes ist, hast du Gefäße für das Geld, für die Ressourcen anderer Menschen? Anders gesagt, bist du in deinem Abhängigkeitsverhältnis von anderen Menschen, wirtschaftlich, existenziell? Und wie sind die Gefäße dazu? Passt das noch oder ist dir etwas nicht so ganz passend? Muss man da was ändern? Oder es kann auch sein, wenn du das Geld anderer verwaltest oder Ressourcen anderer verwaltest, ist da alles noch in Ordnung? Gibt es da was, was überprüft werden muss, was verändert werden muss? Passen da die Gefäße noch? Das sind so die Fragen, die sich hier aufdrängen für die Löwe-Aszendenten. Es kann auch sein, dass hier Fragen rund um das Thema Erbe sich aufdrängen oder auch Steuern, irgendwelche Fragen rund um das Thema Steuern, ist auch nicht so toll. Das sind so die Fragen, die ich hier für Löwe-Aszendenten ein bisschen im Vordergrund sehe. Für Jungfrau-Aszendenten drängt sich hier Fragen rund um das Thema Partnerschaft auf. Ob quasi die Gefäße rund um das Thema Partnerschaft noch passen, ob da alles gut ist. Falls du in einer Partnerschaft bist, dann stellt sich hier die Frage, ob es hier allenfalls neue Gefäße braucht, damit diese Partnerschaft aufblühen kann und gut weiterleben kann. Zum Beispiel, vielleicht muss man sich regelmässig Zeit nehmen, ganz bewusst Zeit nehmen für Partnerschaft, im Sinne von einer Date-Night zum Beispiel, wo man zusammen ausgeht oder als Partner etwas ganz bewusst macht. Und dass man eben ein Gefäß dazu schafft, eine Zeit, einen Raum, wo man die Partnerschaft kultivieren kann. Oder es könnte auch sein, dass du zum Schluss kommst, dass quasi das Wasser in der Partnerschaft, das Wasser der Partnerschaft schon zu abgestanden ist und es vielleicht ausgeschüttet werden sollte. Das wäre dann ein bisschen die schwierigere Seite für Jungfrau-Aszendenten, wo man sich halt diese Fragen stellen muss, ob diese Gefäße und deren Inhalt noch passen. Falls du noch Single bist, Jungfrau-Aszendent, aber Single, dann ist die Frage natürlich, bin ich überhaupt offen für Partnerschaft? Halte ich hier das entsprechende Gefäß bereit? Oder ist es vielleicht so, dass all meine Gefäße bereits zu voll sind und ich gar keinen Platz mehr habe für Partnerschaft? Diese Fragen könnten sich hier aufdringen. Dann für vage Aszendenten stellt sich die Frage, stimmt das Verhältnis von Arbeit und Ruhe oder von Arbeit und Freizeit? Stimmt hier noch das Verhältnis? Sind die Gefäße hier noch entsprechend passend? Oder auch die Frage, gebe ich dem Thema Körper und Gesundheit das nötige Gefäß? Oder sollte ich hier lieber etwas ändern? Gute Gefäße, um eben diese Gesundheit zu fördern und so, sind Gefäße im Sinne von allen möglichen Formen von Körper- und Energiearbeit. Aber ganz besonders passend finde ich hier Tai Chi, Qigong, habe hier ein bisschen ein Vorurteil. Aber auch Yoga, Pilates oder allgemein eigentlich alle Arten von Sport, solange man es nicht übertreibt. Solange es mit Mass ist und nicht überanstrengend, könnten das hier passende Gefäße bilden. Oder falls man schon sowas tut, ob man da irgendwie was ändern möchte oder optimieren möchte. Für Skorpion-Aszendenten stellt sich hier die Frage, habe ich hier noch die passenden Gefäße für Vergnügen, Unterhaltung und Sexualität? Oder brauche ich ein neues Gefäß, um mich kreativ oder künstlerisch auszudrücken? Das könnte auch kommen. Und falls du Kinder oder Enkelkinder hast, könnte sich hier die Frage aufdrängen, gebe ich diesen Kindern oder Enkelkinder die nötigen Gefäße, die sie von mir benötigen? Oder sind sie vielleicht jetzt schon gewachsen und brauchen jetzt irgendwelche andere neue Gefäße? Muss ich hier etwas anderes anbieten können? Oder mich vielleicht auch etwas zurückziehen können? Für Schütze-Aszendenten könnten sich jetzt Themen rund um das Thema Wohnung, Haus und so weiter aufdrängen. Denn die Wohnung oder das Haus ist ja letztendlich auch eine Art von Gefäß, das ja uns beinhaltet. Und auch hier stellt sich dann die Frage, passt das noch? Ist hier eine Veränderung angesagt? Vielleicht eine Umgestaltung des Wohnraumes? Vielleicht ein Umbau? Oder gar ein Umzug? Diese Fragen, denke ich, könnten sich jetzt für Schütze-Aszendenten besonders aufdrängen in den kommenden drei Jahren. Aber auch die Frage, wie sieht es eigentlich mit dem Verhältnis zu meinen Eltern aus? Haben wir hier noch passende Gefäße? Oder braucht es hier allenfalls mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit? Oder auch weniger Zeit und weniger Aufmerksamkeit? Das ist hier ein grosses Thema jetzt. Für Steinbock-Aszendenten drehen sich folgende Fragen auf. Routinen und Gewohnheiten sind ja auch eine Art von Gefäßen, mit denen wir unserem Leben Formen und Struktur verleihen. Und eben, die Frage stelle ich dann für die Steinbock-Aszendenten, haben wir hier noch die richtigen Gefäße? Passen meine Routinen und Gewohnheiten noch? Möchte ich hier etwas verändern? Und dann eine andere Frage, die sich auftrifft für Steinbock-Aszendenten ist, bezüglich unseres Umfeldes. Im weitesten Sinne unser Umfeld. Denn das Umfeld ist eben auch eine Art Gefäß, das uns enthält. Fühlen wir uns überhaupt noch am richtigen Ort? Fühlen wir uns überhaupt noch als Teil unseres Umfelds? Oder fühlen wir uns eher etwas als Aussenseiter? Bekommen wir von unserem Umfeld die Unterstützung, die wir eigentlich brauchen? Diese Fragen könnten sich aufdrängen. Und dann stellt sich eben die Frage, wenn wir das Umfeld als Gefäß uns anschauen, dann passt das noch? Braucht es hier eine Veränderung bezüglich unseres Umfelds? Aber dann drängt sich auch die Frage auf, wie sieht es eigentlich aus mit unserer gelebten Spiritualität? Passt hier auch noch alles? Wollen wir hier etwas verändern? Drängt sich hier etwas auf? Passen hier noch die Gefäße, die wir der Spiritualität bereitstellen? Für Wassermann-Aszendenten drängen sich folgende Fragen wahrscheinlich auf. Wie steht es eigentlich um unsere persönlichen Ressourcen, um unser Vermögen und unser Einkommen? Haben wir dazu eigentlich noch die richtigen Gefäße? Und gerade jetzt aktuell stellt sich das ja schon diese Frage, ist das Bankkonto zum Beispiel, ist das Bankkonto trotz all dieser Inflation noch ein passendes Gefäß für unser Vermögen? Das zerrinnt ja. Wie sieht es denn aus mit anderen Anlage- oder Investitionsgefäßen? Passen die vielleicht besser oder schlechter? Diese Fragen drängen sich jetzt wahrscheinlich auf für Wassermann-Aszendenten. Was mache ich eigentlich mit meinem Vermögen, meinen Ressourcen, meinem Einkommen? Oder dann auch, wie man diese Ressourcen und das Einkommen generiert. Sprich, unser Job. Bietet mein Job überhaupt noch das richtige Gefäß für mich? Wo wir quasi das Gefäß, das unser Einkommen enthält und aus dem wir quasi unser Einkommen dann beziehen. Passt das noch oder brauchen wir vielleicht einen anderen Arbeitsrahmen, einen anderen Job? Oder vielleicht innerhalb des Jobs brauchen wir hier eine Veränderung oder so? Das könnte sich jetzt aufdringen für Wassermann-Aszendenten. Und zu guter Letzt, was ist denn für die Fische-Aszendenten? Wenn dein Aszendent gerade ins Zeichen Fische fällt, dann sehe ich, dass sich folgende Fragen für dich aufdrängen könnten in den kommenden drei Jahren. Zum Beispiel, wie steht es denn eigentlich um das Gleichgewicht zwischen ich und du? Zwischen mir und Partner oder Partnerin? Braucht es da irgendwie Anpassungen? Ist da irgendwie was aus dem Gleichgewicht geraten? Passen hier noch die Gefäße dazu? Und auch der Körper ist natürlich auch ein Gefäß. Das ist vielleicht unser wichtigstes Gefäß überhaupt, das wir haben, unser Körper. Aber wie steht es darum, geht es dem Körper gut, dem Gefäßkörper? Ist das gut und stark oder droht es beinahe auseinanderzufallen oder zu bersten? Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich den Körper stärken? Wie kann ich meine Gesundheit und Vitalität stärken? Das sind so Fragen, die sich jetzt aufdrängen könnten. Aber auch, vielleicht etwas tiefsinniger noch, Fragen wie, wer bin ich eigentlich? Was will ich überhaupt? Biete ich meinem Leben überhaupt das Gefäß, das sich mein Leben wünscht? Diese Frage könnte sich jetzt auch aufdrängen. Denn ganz allgemein würde ich sagen, dass, wenn du Fische-Ascendent hast, dann dürften die kommenden drei Jahre ganz, ganz besonders intensiv werden für dich. Und viele Fragen werden sich aufdrängen und wahrscheinlich auch die eine oder andere grundlegende Veränderung wird das wahrscheinlich mit sich bringen. So haben wir es bereits geschafft. Das war unser Rennen, möglichst kurz und knapp durch den Tierkreis. Aber wie gesagt, das ist halt alles ein bisschen allgemein. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser als das Zeitungshoroskop. Dann haben wir schon was erreicht. Aber grundsätzlich ist es halt schon so. Das Horoskop ist zu komplex, die ganze Astrologie ist zu komplex. Und wenn du hier wirklich mehr wissen möchtest oder zuverlässiger wissen möchtest, dann brauchst du wirklich eine persönliche Analyse deines Horoskops. Und wie gesagt, wenn du das von mir möchtest, dann kannst du das über meine Webseite buchen, dominikburg.ch. Und sonst würde es mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst, den Kanal abonnierst, vielleicht noch das Glöckchen drückst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.